Wir haben am Montag gemeinsam festgestellt, dass die Volksgruppe in der spielten Situation ist, dass mit dem historischen Konzept, mit dem es davon angetreten ist, die Gefahr droht, dass die Spielfähigkeit verloren geht und haben uns dann gemeinsam darauf verständigt, einen Neustart zu ermöglichen. Ich bin darüber sehr froh, ich habe das jetzt für heute den beschäftigten Erfolgsgruppen mitgeteilt und ich bin vor allem froh, dass Claude Dörr sich bereit erklärt hat, die Kommissare schädt den Land jetzt zu übernehmen, damit wir die Zeit finden, bedächtig und in Ruhe uns jetzt zu überlegen, wie es dann stabil weitergehen soll. Also wir werden jetzt eine Übergangslösung, die Frage wird ja kommen, wir werden jetzt eine Lösung suchen und wir wollen uns die Zeit lassen, die wir dazu brauchen, wir wollen gründlich vor Schnelligkeit, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit, wir wollen jetzt ganz in Ruhe und mit grühem Kopf dann überlegen, was für die Volksgruppe das Beste ist. Wie soll es in dem Zusammenhalt nicht mit den Mitarbeitenden mitgebracht werden? Also wir machen jetzt erstmal ganz genau so weiter, wie das jetzt im Augenblick der Fall ist. Die Verträge werden eingehalten, es wird weiter gespielt und vor allem dazu sozusagen wird Herr Dörr sich jetzt Gedanken in die Frage machen, wie kriegen wir zusätzliches Repertoire, wie kriegen wir zusätzliche Veranstaltungen hin in der Volksbühne, damit wir sozusagen uns auch diese Luft verschaffen, die wir jetzt auch brauchen werden, um dann über die Frage zu entscheiden, was ist eine geeignete Lösung für die Volksbühne dann in der Bericht. Stellen Sie dafür auch zusätzliches Geld zur Verfügung? Wir haben jetzt seit drei, vier Tagen erst einmal mit der akuten Situation zu tun gehabt, das habe ich jetzt eben auch drin gesagt, es werden nicht alle Fragen jetzt sofort beantwortet werden können. Das heißt sozusagen, wir werden uns jetzt die Zeit nehmen, genau die Fragen, die jetzt noch im Nachklappen zu klären sind, was sozusagen kann mit den verfügbaren Ressourcen jetzt gemacht werden. Das sind jetzt alles, die wir in den nächsten Tagen und Wochen führen. Was genau meinen Sie damit, dass das Konzept nicht aufgegangen ist? Na, die Situation ist so, dass uns Herr Dörr am Montag gesagt hat, dass er einschätzt, dass die Art und Weise, wie jetzt sozusagen die Volksbühne konzeptionell bespielt wird, keine kurzfristige und mittelfristige Veränderung der Lage herbeiführen wird in Bezug auf die Auslastungszahlen, in Bezug auf die Zahl der Öffnungstage und dergleichen mehr. Er hat selber eingeschätzt, dass die Situation so ist, dass das Konzept nicht aufgegangen ist und dass ein Umsteuern erforderlich ist. Und wir sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass es dazu eines Neustarts bedarf. Und das bedeutet dann eben auch, wir müssen jetzt gucken, was ist die konzeptionelle Idee, mit der Repartor und Ensemble der Art und Erfolgsbühne gemacht werden kann. Herr Dörrkund hat selber eingeschätzt, dass wenn er jetzt anfängt, sich neue konzeptionelle Gedanken zu machen, das sehr, sehr lange dauern würde, bis die sich dann praktisch materialisieren. Und ja, das ist dann jetzt die Situation. Sie drachen die Auslastungszahlen an, wie sind die? 60%, 70%? Die Auslastungszahlen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es ist erst einmal, Zahlen sind im Übrigen nicht alles, das muss ich jetzt auch mal dazu sagen. An jedem Theater gibt es Situationen, wo mal ein Stückchen gut läuft. An jedem Theater gibt es Situationen, wo möglicherweise auch mal ein Viertel oder ein halbes Jahr die Auslastungszahlen schlecht sind. Das war am Ende nicht der zentrale Punkt, sondern der zentrale Punkt war die gemeinsame Feststellung, dass wenn wir jetzt einfach so weitermachen, wirklich ein Problem entstehen wird. Und zwar ein Nachhaltiges, das dann auch den Theaterorganismus von Kini insgesamt gefährden kann. Aber Ensemble und Superzeit, die hat da in die Laufung gespielt, sagst du, nein, können Sie nicht installieren? Also, wir nehmen uns jetzt die Zeit, es ist ja, man kann ja kein Ensemble aus dem Hut zaubern. Es ist ja nicht so, dass man jetzt Schnips macht und dann plötzlich sozusagen hat man, das wird ein Prozess sein, das Step by Step. Und wie gesagt, dafür lernen wir uns jetzt auch die Zeit. Hat Ihnen Chris Derkorn mit der Entscheidung auch einen persönlichen Gefallen, bitte? Darum geht es hier, glaube ich, überhaupt nicht. Wir haben hier beide gemeinsam, und zwar im Sinne der Volksbühne, auch im Sinne der Berliner Kulturpolitik und auch im Sinne von Chris Derkorn gehandelt und entschieden. Und ich habe, nachdem wir seinerzeit zusammengesessen haben und auch festgestellt haben, dass wir in Bezug auf das günstigerische Konzept nicht einig sind, gesagt, ich halte mich an den Vertrag und ich werde dafür sorgen, dass der Berger alle Möglichkeiten bekommt, zu machen, was er machen möchte. Und ich glaube, dass die Frage, was einstmals mal gesagt worden ist oder so, hier überhaupt keine Rolle spielt, auch kein Kriterium ist. Ich habe seitdem auch zu dieser ganzen Sache nichts mehr gesagt. Und ich glaube, es ist jetzt Zeit, nach vorne zu schauen. Aber ist es nicht ein komischer Zeitpunkt, jetzt sozusagen Minderspielzeit aufzuhören? Hätte man Ihnen die Spielzeit nicht noch zu Ende machen lassen können? Ich kann die Situation ja nur so wiedergeben, wie sie war. Das habe ich ja vorhin getan. Ich habe gesagt, wir kamen am Montag gemeinsam anhand der Zahlen, anhand der Situationsbeschreibung zu dem Ergebnis, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einen Neustart einzuleiten. Und das haben wir dann gemeinsam so entschieden.